Willkommen zu FOKUS NEWS Mit grossen Bedauern teilt der SGB FSS den Hinschied von Peter Matter mit. Er war der erste SGB-Präsident der Region Deutschschweiz. Er verstarb am Montag, 1. August 2011 nach langjähriger Krankheit im Alter von 66 Jahren. Peter Matter begann seine Aktivitäten in der Welt des Sports. Er war zuerst Mitglied des GSCB Gehörlosen-Sportclub Bern und übernahm immer mehr Verantwortung. Zuerst als Beisitzer, dann als Sekretär und schliesslich als Präsident des Clubs. Während zwölf Jahren, von 1975 bis 1987, übte er sein Präsidentenamt aus. Im Jahr 1989 ernannte ihn der GSCB zum Ehrenpräsidenten. Von 1990 bis 2001 vertrat er den Gehörlosenbereich in der Schulkommission der Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich-Oerlikon. Im Jahr 1987 wurde er zum Präsidenten des SGB gewählt und blieb bis 1996 in seinem Amt. Am nächsten Freitag, 23. September 2011 findet in Montreux der SGB-FSS-Kongress statt. Die kulturelle Abendunterhaltung beginnt ab 20 Uhr mit zwei künstlerischen Darbietungen. Als erstes wird von der Theatergruppe Theatertraum das Stück «Networking» aufgeführt. Das Theaterkonzept zeigt, wie vier Menschen in ihrem privaten und beruflichen Alltag das Internet nutzen. Manipulation, Chatroom, Realität oder Fantasie. Die Idee und Umsetzung stammt von Ramesh Mayapan und Katia Tissi, beide gehörlos. Und von den zwei Hörenden, Laurence Quetenant und Markus Bühlmann. Die vier konzipierten im Austausch das Stück. Die Regie wird von Markus Bühlmann übernommen. Die Produktionsleitung liegt in der Obhut von Rudi Graf. Er ist gehörlos und bei sichtbar Gehörlose Zürich tätig. Produziert wird dieses Stück in Zusammenarbeit mit Focus 5. Die Schauspieler sind alle gehörlos. Weitere Informationen über unten stehenden Link. Der Buchverlag fingershop.ch präsentiert am übernächsten Sonntag, 18. September, die Buchvernissage im Gehörlosenzentrum Basel. Das Buch handelt von der Grundlage der Gebärdensprache und thematisiert Grammatik, einfache Sätze, Fragen und Antworten, Zahlen, Zeitangaben und mehr. Dieses Buch ist für Neueinsteiger und geübte Gebärdensprachlern gedacht. Die Veranstaltung mit Apero dauert von 3 bis 7 Uhr abends. Berlin, Deutschland Bei der Bezirksverordnetenversammlung BVV wurde für den Grünen Kreisverband Mitte erstmals ein Gehörloser auf einen Listenplatz gewählt. Es handelt sich um den 26-Jährigen Martin Zierold, der seit Geburt gehörlos ist. Er arbeitet zurzeit als Betreuer im Jugendclub von Sinneswandel. Im Jahre 2009 begann er eine Ausbildung als Gebärdensprachdozent und ist nun freiberuflich tätig. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich im Vorstand. Er war zudem ein Gründungsmitglied des Jugendvereins Jubel 3. Im KUGG Kultur und Geschichte Gehörloser ist er ebenfalls als Vorstandsmitglied tätig. Bei der Partei der Grünen Jugend kandidiert er nun auf dem 14. Listenplatz. Er steht für eine Politik der selbstbestimmten Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund ein. Seine Homepage kann über unten angegebenen Link angewählt werden. Die Deutsche Bahn DB hat mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales entschieden, per 1. September schwerbehinderte Personen mit einem entsprechenden Beweisstück und für 60 Euro pro Jahr in ganz Deutschland zu transportieren. Dieser Ausweis gilt nicht nur für Bahnreisen, sondern ist auch für Bus-, U-Bahn- und Tramfahrten gültig. Ausnahme sind die Schnellzüge ICE und IC, für welche noch eine Fahrkarte gelöst werden muss. Das ICSD organisiert kommende Woche vom 13. bis 15. September einen Kongress in Rom. Nun wird endlich über den weiteren Verlauf der Deaflympics diskutiert und es stehen Entscheidungen an. Dies aufgrund des vergangenen Skandals und den nachfolgenden Annullierungen der Spiele in der Slowakei, Athen und Kanada. Drei Vertreter des Schweizerischen Gehörlosen-Sportverbandes Daniel Güene, Roman Peschu und Selina Lutz werden für die Schweiz nach Rom reisen. Das war's für Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis Eastern Allespositionen Drei Vertreter des Schweizerischen Gehörlosen-Sportverbandes Angelique Vielen Dank.